Und wir machen hier weiter. Da geht's hoch. Moment, wo will ich hin? Ich will da hin, okay. Weil das ist eine Sackgasse, das heißt, da ist Item. Jupp. Gegen ein paar Schnecken ist das kein Thema. What the fuck? Gegen ein paar viele Schnecken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ist klar. Ist klar. Ist klar, ist logisch. Wie viel waren es jetzt? Noctila-I, alles klar. Zehn? Ich glaube, zehn, ne? Na gut, und wenn es 20 sind, das sind keine Gegner hier, diese Viecher. So, und das letzte Vieh. Tot. Wundsalbe, alles klar. Meins. Wundsalbe, alles klar. So, dann gehen wir mal hier lang. Was erwartet uns da? Oh, Gülle. Mega Gülle. Ohne Präventivschlag. Was, was, so, ja, was erwarte ich eigentlich? Äh, Moment. Wir machen das mal kurz anders. Ich habe Aeternikum, ich kann mir das leisten. Und ich habe keinen Bock, hier jetzt wieder 10.000 Tage an diesen Fischern rumzuhängen. Und wir machen jetzt mal gleich Metamorph. Ah, zu hell. Und jetzt machen wir genau. Jetzt machen wir weiter mit Rundumschlag. Hey, wie abgöttisch sinnlos das war. Na, also. Geht doch, warum nicht gleich so? So, jetzt weiter. Wie, 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 na, hat das? Gay Homing. Okay, wir sind fast da. Äh, ja. Achso, okay. Ich dachte schon, what the fuck? Item. Nein, Wand. Item. Was für Item? Regenbogenkette. Gut. Ich werde irre. Moment. Oh nein. Inventar. Accessoires. Erhielt die Resistenz gegen Exanima. Was macht? Macht bewegungsunfähig und der Littnerschaden steigt. Halber mit Morbel. Blub, blub, blub. Alles klar. Geschäfte hier kommen. Drogeriemarkt verkaufen. Accessoires. Einmalig Ena. Komm weg damit. Komm weg damit. Lenora. Kaufen. Stahltriebwerke. Fünf Stück. Ja, mit denen kommt man einfach am weitesten. Moment. Ich möchte jetzt mal eben... Großhandelbrock. Ja, toll. Bringt gar nichts. Ich wollte die Ausrufezeichen wegbringen. Na. Modifizieren. Äh. Klingelanze. Mit Duftöl. Alles klar. Mit Wundsalbe. Alles klar. Alles klar. Auf Stufe... Auf Stufe... Das ist schön. Auf Stufe 15. Oh, nom, 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 nom. Okay. Safe. 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 So, vielleicht fragt ihr euch, warum ich gesagt hab, oh nein. Ich meine zu wissen... Okay, doch nicht. Unsere lieben Fickvögel sind zurück. Hey, ihr Arschlöcher. Lange nicht mehr gesehen. Ihr seid immer noch hässlich. Skatane und Stickini. Verderbenstanz. However. Müssen wir erst mal anschauen, was die drauf haben. Äh, sie haben auf jeden Fall... Was war das? Moment. Exanima drauf. Ja, dafür war das Ding da. Ja, das brauch ich jetzt nicht mehr. Falsch. Ich will das Paradigma wechseln. Skatane. Wie viel hast du drauf? Weiß kein Schwein, okay. Zu viel. Alles klar. Bist du eh gleich in Schock, mein Freund? Und du bist tot. Ja, ready for the next fight. Ja, ready for the next fight. Immer schön positiv denken und nur drei Sterne bekommen. Was können wir hier schönes in Kristarium machen? Ich habe jetzt gar keinen Überblick mehr über die scheiß Kristarien. Verheerer. Kann man hier was machen? Ja, hier kann man was machen. Terrorisieren. Terrorisieren. Okay. So, Brecher. Nix. Verheerer. Nix. Verteidiger. Was? Venil. Verheerer. Nix. Manipulator. Etwas. Da waren wir noch nicht, okay. Devalga und... De Protega. Was? Malediktion. Okay. Hope. Verheerer. Nix. Manipulator. Etwas. Ad aqua. Ad blitz. Serge. Brecher. Ja. Brecher. Ja. Okay. Nein. Verteidiger. Nix. Manipulator. Nix. So, was will ich denn neu machen? Verheerer, Augmente oder Heiler? Äh. Verheerer. Das hat sich gelohnt. Das war schön. Wir machen hier einen Cut. Wir machen hier einen Cut. Bis zum nächsten Mal.